Um die Schaltung einzustellen, muss zuerst der mittlere Gang eingestellt sein. Bei einer 11-Gang-Schaltung ist das der 6. Gang, bei einer 7-Gang-Schaltung wäre es der 4. Gang. Am Hinterrad befinden sich zwei gelbe Markierungen. Sollten diese Markierungen im mittleren Gang nicht übereinander liegen, muss die Schaltung neu eingestellt werden. Zum Einstellen dreht man das Rädchen zwischen Schalthebel und Schaltzug, bis die Markierungen wieder übereinander liegen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal und lass uns ein Like da. Bis zum nächsten Video.